Altersarmut, immer mehr Rentner beziehen Grundsicherung. Sind wieder die Ukrainer schuld? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, was im Grunde genommen eine ganz ganz unscheinbare Meldung vom Bundesamt für Statistik war, entpuppt sich jetzt wieder als ganz ganz großer Aufreger. Wir haben in Deutschland ganz viele Menschen, die nach der Regelaltersgrenze oder nach Erreichen der Regelaltersgrenze Grundsicherung beziehen müssen. Alleine im Jahr 2022, in den Sommermonaten, gab es einen Anstieg um 19.000 Personen, also rund drei Personen mehr. Und zwar ist da die Zahl der Grundsicherungsbezieher auf 647.500 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr hätten im September 2022 sogar über 68.000 Menschen mehr Grundsicherung beantragen müssen. Das ist ein Anstieg von 12 Prozent. Wenn man das also in totalen Zahlen sieht, muss man wirklich sagen, erschreckende Zahlen. Ja, und dass wir in Deutschland Altersarmut haben und das ist ein Massenphänomen, darauf habe ich auch schon in vergangenen Videos hingewiesen. Und das ist schlicht und ergreifend auch eine Schande für unser Land ist, für unser so reiches Land ist, dass alte Menschen oder Rentnerinnen und Rentner auf das Sozialamt rennen müssen und dort de facto um das nackte Überleben betteln müssen. Finde ich also keine schöne Sache. Und da gebe ich Dietmar Bartsch von den Linken tatsächlich recht. Der sagt, wir brauchen dringend ein Spitzentreffen zum Thema Rente. Aber mit der aktuellen Bundesregierung vor allen Dingen federführend durch den, ja man kann schon sagen, fast stummen Kanzler Scholz wird das wohl nichts mehr werden in diesem Leben, dass sich an der gesetzlichen Rente hier nochmal irgendetwas positiv ändern wird. So mein Gefühl. Aber wie kommt es denn nun eigentlich zu den Zahlen? Ja, zu den Zahlen kommt es vor allen Dingen auch dadurch, dass viele Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten der Ukraine nach Deutschland gekommen sind und hier in die Grundsicherung gegangen sind. Vor allen Dingen auch Menschen, die eben älter als in der Regel, also älter sind als über 65 oder 67, die werden natürlich in den Statistiken mit erfasst. Und deshalb ist diese Zahl im Vergleich vom letzten Jahr oder mit den 19.000, die wir letztes Jahr zum Beispiel gezählt haben, die dort sich so schlagartig erhöht hat, auch zu erklären, warum in Deutschland die Grundsicherung für Rentner so extrem stark angestiegen ist. Also ich würde es mal sagen, nicht die Ukrainer sind daran schuld, sondern schuld daran ist dieser verbrecherische Krieg des Herrn Putin und der diese Menschen aus der Ukraine, aus ihrer Heimat nach Deutschland treibt und die hier um Zuflucht bitten und auch Gott sei Dank in Deutschland bekommen. Also meine Damen und Herren, schimpfen Sie bitte nicht auf die Ukrainerinnen und Ukrainer, die können wirklich nichts dafür, dass bei denen dort die Bomben fallen, sondern es ist einfach nur eine statistische Zahl und wenn diese Menschen, wenn der Krieg vorbei ist und diese Menschen dann wieder in ihre Heimat zurückkehren, fallen sie dann auch aus den entsprechenden Statistiken wieder heraus. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.